Im Wahlkampffinnisch erhält Norbert Hofer Unterstützung von einer ganz besonderen Gruppe von Menschen. Eine Roma-Initiative namens International Roma Union hat sich klar für die Wahl Norbert Hofers ausgesprochen und ihn deshalb auch heute im Parlament besucht. Die Unterstützung wird Gott sei Dank immer breiter und immer mehr Menschen haben auch den Mut zu sagen, dass sie mich unterstützen und sind voller Hoffnung auch was Österreich anbelangt. Ich komme aus dem Burgenland, dort leben Volksgruppen seit vielen, vielen Jahren, seit Ewigkeiten sehr, sehr gut zusammen und ich habe mich sehr gefreut über den Besuch heute, möchte auch die Anliegen der Roma unterstützen. Für Norbert Hofer erwarte ich die Sicherheit für meine Roma, wo die meisten Angst haben, was ich so gehört habe. Ein ganz wichtiges Projekt ist, das heute vorgestellt worden ist, die Bettler auch von der Straße wegzubringen. Hier gibt es ein gutes Programm und das sind sehr, sehr engagierte Vertreter und ich habe großes Verständnis und große Begeisterung, wenn ich sehe, wie hier auch die eigene Kultur weiter aufrechterhalten wird. Ich finde Norbert Hofer toll, weil er Familienvater ist und er ist ein ruhiger Mensch und er ist auch Anschlagqualität. Die Roma gehören in Österreich zu jenen Volksgruppen, die mit ihren Anliegen und Problemen oftmals am wenigsten Gehör in der Öffentlichkeit finden. Für Norbert Hofer ist es eine Selbstverständlichkeit, sich für die Rechte von Minderheiten stark zu machen. Die autochtonen Minderheiten sind ein ganz, ganz wichtiger Teil Österreichs und wir müssen danach trachten, dass es möglich bleibt, dass diese Minderheiten ihre Kultur weiterhin aufrechterhalten. Schlechte halten.